Welche Zahlen sind größer als 6? Wähle alle Zutreffenden aus. Hier auf der Zahlengeraden sehen wir die 6. Auf der Zahlengeraden sind Zahlen, die größer als 6 sind, rechts von der 6 angeordnet. Das heißt 7, 8, 9, 10 sind alle größer als 6, sind alle rechts von der 6. Die 9 ist größer als die 6, die 10 ist größer als die 6 und wenn wir weitergehen, 11 wäre größer als 6, 12 und so weiter und so fort. Also was ist größer als 6? Die 10? Jawohl, weil die ist rechts von der 6. 10 ist größer als 6. 8, 8 ist auch größer als 6, ist auch rechts. 4 ist links von der 6, das heißt 4 ist kleiner als 6. Also von den drei Möglichkeiten wäre hier nur 10 und 8 richtig. Und welche Zahlen sind kleiner als 6? Nun ja, alle Nummern, die links von der 6 stehen, sind kleiner als 6. Also 9 ist definitiv nicht kleiner, weil die steht auf der rechten Seite. 4, jawohl, 4 ist links von der 6, 4 ist kleiner als 6. Und die 3 ist sogar noch mehr links, das heißt 3 ist auch definitiv weniger als 6. Wenn du dir das praktisch vorstellst, dann hast du, wenn du 4 oder nur 3 Dinge hast, weniger als jemand, der 6 Dinge hat. Stimmt's? Oder ein anderes Beispiel, wenn man 10 Bananen hat, hat man eine größere Anzahl an Bananen als jemand, der nur 6 hat. Und das ist auch nicht mehr als 1.5. 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 Und das ist auch nicht mehr als 1.5.